so wir haben immer noch das obdachlose problem fällt mir gerade ein finde mehr freunde um vorteile freizuschalten war mir hier schon mal ich weiß es nicht weiß nicht ob hier noch im wald vielleicht irgendwo ein secret ist oder sowas keine ahnung natt zum dies laufen wir auf alle fälle rum ich glaube das war so ein labyrinth so also sollen wir zu annie mal gucken wo die bitch ist im rathaus im rathaus haben wir hier irgendwas noch nicht ich glaube nur so wenn wir unterwegs noch die obdachlosen den hier hatten wir war doch noch das obdachlosenprobleme ich ja genau finde alle lagerplätze ins hauspark verbrügele die obdachlosen ich habe keine ahnung wo der letzte ist ich sehe hier nicht auch ein paar ist hier noch einer ich will den schon ganz gerne noch finden aber ich habe auch keine lust hier den stunden lang zu suchen habe ich mir nicht hat mir hier zu geben die lagerseite die 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 wo könnte der sein ich weiß es wirklich nicht ich bin der meinung sind wir schon überall lang gelaufen ich glaube hier hinten waren wir hier schon überall ich weiß es nicht genau wo ist denn hier ein schnellreisepunkt stay out of the lost forest sure it's got treasure but they say there's no way out ready to go back the girls are ready to see you die see right here it says that five women were at the clinic that day and right there it says nancy turner 3 30 p.m. that's heidi's mom so heidi turner was the two-faced bitch the evidence is irrefutable thanks new kid we now know it was heidi turner all along who was spreading the rumors freaking whore two-faced butt rag fuck heidi turner and her fucking two-faced ass but heidi's so we decided to forgive her i love you guys so much gotzei we can meet you too heidi yeah you serve her as well new kid so you have our services tell the boys we will play their game sparkles sunshine schnauze oh guck mal wir dürfen jetzt hier in mädchen hauptkotter rumlaufen kehre zu kail zurück ja machen wir gleich thank you so much for clearing my name now when girls call me a whore it's more in a joking way heidi's having a slumber party oops i almost forgot you're not a girl ha kannst du nicht von mir verstecken parkuren stemparen parkuren rüstung i bet you're thinking about something totally deep right now we should be friends so you can like my posts i learned that betrayal can actually make your friendship as an honorary girl you've been granted full access to our adorable supplies willst du ein bisschen kaufen machen? na klar zeig mal her was du hast oh das hört sich mir zu falsch an zeig mal her was du für gegenstände verkaufst stärke tragen nämlich auf alle Fälle noch mit so äh waffen knietring der taikamme die tödlichste bekannte waffe im kampf gegen comic katzen und mäuse klinge der fehlend prinzessin klinge der fehlend prinzessin was ist denn das überhaupt klinge der fehlend prinzessin blitzert scheuert aber auch bogen der fehlend prinzessin chakram die original besitzer hat noch drei davon und wird das nicht vermissen chakram irgendwo erkenne ich das ich meine nicht die chakren das sieht auch aus mit einem film ich kauf das mal ausrüstung handschuhe der verwöhnten huhr haha nee ich will hier nicht rumlaufen wie so ein bunny freust ihn der prinzessin gut oh scheiße wieso kauft ihr die an alle oh nein leck mich alter ehevertrag ich wusste nicht dass ihr die alle doppelt kauft warum denn was soll das überhaupt wo war denn das jetzt erstmal ganzen kram noch verkaufen kanadischer edelsteine wie viel bringt der denn 60 sterne so so feinheiten waren das feinheiten ja ne hier sechs stück und zeigt dann mit sechs stück davon ne so sind die hier auch schon so so ziemlich heiße nase ist ja auch so hof guck hier ich bin so hof man ich bin so hof die sollte man auch schützen das ist wichtig ne äh trauernde perfektionäre kunst verwöhnen nein kaum mit kursos die veränderung heilender gegensteine lässt angriffe für eine weile mehr schaden nein kämpfe oder fliegen ist alles quatsch konterfurz schmutziger kampf nervnahrung du hältst immer 2 mp wenn du heilen kriegsfurz nötige brutalität bewirkt mehr schaden bei betäubten zielen auf dich ach ja ist das quatsch warte mal kurz im momental gucken was ist barbarenhelm äh du greifst erneut an wenn du einen feind tötest du erhältst fähig du erhältst fähigkeit erhöht wenn du unter 15% tp bist für 17% und zu uns schwächt feindliche angriffe rüstung 70 rüstung das ist ganz schön viel meine SWAT bester hat plus 30 rüstungen hinzu fügt 30 das andere war sogar der helm und die fügt nun mal 110 rüstungen hinzu die ist doch definitiv besser du erhältst angriffe erhöht zu beginn jedes kampfs eh die barbaren rüstungen nehmen wir auf alle fälle so wo ist mein barbarenhelm wo sind meine barbaren handschuhe habe ich sowas überhaupt eingesammelt ich weiß es gar nicht ich glaube nicht sonst wird es ja hier stehen ne gibt es dazu keine handschuhe mein set ist ja gar nicht komplett waldelfen wichtelhandschuhe na toll na wirst du gerne wohl kühlen handschuhe haben ah obwohl die auch noch 50 rüstungen hinzufügen wie soll ich denn keine barbaren handschuhe warum nicht warum ich hoffe damit brauche ich mal gut was nehmen wir denn jetzt hier rein was ist hier neu verursacht 10 prozent schockschirm nein samurai krieger fügt 10 rüstungen hinzu und schwächt feindliche angriffe warum nicht warum nicht wir haben hier echt viele neu angriffe mit nahkampfwaffe fügen 200 zusätzlichen schaden hinzu hört sich auch gut an nein du hälst 5 nein jesus liebt mich du erhältst wiedergeburt zu begeben eines campes du erhältst wiedergeburt ja ich weiß gar nicht genau was das bedeutet heißt ob er nicht sterbt werde ich automatisch wiedergeboren distanzangriff verfügen 100 mehr schaden zu wäre auch ganz gut nein 1 mp für was hat er wenn du schaden erleidest erhalte ich 1 mp ja das ist wenig du erhältst 5 mp wenn du frost schaden zufügst das ist ja auch gar nicht verkehrt hochspannungswarnung feind im nahkampf nein steigert die maxi nein feuer schaden nein 10 prozent mehr gelder brauche ich glaube ich nicht unbedingt füge 15 prozent mehr schaden zu wenn du unten nein ich würde dann lieber dings hinnehmen wo war es denn jetzt du hältst jede runde im kampf tp nein das ist ja nämlich lieber ich erhalte 5 mp manchmal benutze ich halt den feuerlöscher wenn ich frost schaden zufüge kriege ich ein paar wieder davon das ist okay okay so ähm ich habe zwar eine neue Waffe aber die ist ja eh nicht besser oder? ich glaube nicht ne Chakrim vielleicht Chakrim vielleicht mach 2500 würde 3000 machen ich nehme mal Chakrim aus dem die dafür cool aus so Ende entferne bitte ja ja ein bisschen muss ich mich mal hier aufleveln ne ist ganz klar dass es kurz dauert Blutungsschaden will ich wieder haben hier hier so mal gucken du bist ein wahrer Held Kanadas Sergeant Yates verdammt kleiner du bist eine tickende Zeitbombe total unvorhersehbar du hast dich hier draußen fast selbst umgebracht ich wünsche ich hätte 10 weitere Männer wie dich das war ein höllischer Job pass auf alter eine Gruppe Soldaten hat gerade die Klinik gespielt wir finden eine andere Möglichkeit zu dir zu kommen gut lassen wir erstmal soweit auf alle Fälle mal speichern und dann ich will die Obdachlose finden wo versteckte Obdachlose sich alter hier haben sie versteckt die Mädels auf Klo auf Klo W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w hat die zombies wollen wir jetzt nicht ich suche den obdachlosen den ich verprügeln will aber ich weiß ich wollte sie versteckt ich muss noch kurze karte das ist die karte die schule das gemeindezentrum ja ich weiß nicht wo der ist war ich hinten schon mal bin ich da heute schon mal weitergelaufen bin ich hier oben schon mal weitergelaufen ich glaube da sollte man zu den beiden so jimbos ganz dann sollte ich mal den weg nehmen ich glaube da war ich noch gar nicht ich musste also immer die straße geradeaus 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 und nach dem rathaus muss ich nach oben machen wir mal so den diese scheiß quest die haben wir schon seit ich angefangen habe zu spielen skeeter wirklich clean up that bar herhiss dann kann man auch da sop in der bathroom dazu dazu mhm exklusiv he 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 exklusiv exklusiv he 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 exklusiv hey hey Hehehehe Deine Insel sind rot, bruh! Oh, hey, Kind, du brauchst etwas? Entschuldigung. Hey, hier keine Kampfkampf! Okay, den können wir also auch herbeirufen. Ich muss ja kurz mal einen Kampf provozieren. Jimbo's Guns, gehen wir auch noch kurz rein. Gucken, was der nochmal im Angebot hat, an Waffen. Der Geist in South Park Wildlife ist alles, was ein Hunter braucht, um zu wissen, über den Wästen des Zentralen Colorado. Ich habe ein paar Dinge... Wir brauchen unbedingt 75 Dollar. Habe ich noch was zu verkaufen? Die will ich nicht verkaufen. Waffen, die will ich auch nicht verkaufen. Die will ich auch nicht verkaufen. Die will ich auch nicht verkaufen. Will ich alles behalten. Die ganze Ausrüstung. Bringt hier irgendwas Geld? Tempotank Ultra. Opus 3 Dollar. Ja, gut, wenn ich ein bisschen genug Geld habe. Bisschen genug Geld, ja. Wenn ich ein bisschen genug Geld habe. Nee, äh... Wenn ich mehr Geld habe, holen wir vielleicht mal Super Katana. Allerdings war es Level 14, glaube ich, ne? Ich bin Level 15 schon. Weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, nachher. Müssen wir mal sehen. Wer ist der verfixte Obdachlose? Oh, die ladet sich nicht wieder. Oh, die ladet sich nicht wieder. We don't take kindly to your type around here. Except you. We like you. Hä? We don't take kindly to those kinds of butt noises around here. He 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 he. Mach's keine Aschgeräusche, ne? Dann ist es recht. Is that all you got, bruh? He he he, hau rein. So, wo ist der Obdachlose? Bist du hier, Obdachlose? Bist du hier, Obdachlose? Bist du hier, Obdachlose? Danger, Danger! Na gut, jetzt wie viel der im Wald? Die Dreckszonde waren hier auch immer, haben wir gefährlich, ne? So richtig bin ich ja durch den Wald auch noch nie, glaube ich. Ich weiß nicht, es gibt ja auch noch ein Skrid. Ich glaube, wir sollten da gehen. Wie lang hast du gesagt? Wie lang? Wie lang? Ausweis? Ausweis? Kann ich mir nur ausweis zeigen? Mein Arm fällt ab! Wie lang? Wie lang? Was? Da hier, ah hier sind die Beschwörungen wieder. Hab ich die sonst immer bloß übersehen oder was? Ne, Tatsache. Wieso kann ich denn nur noch... Schönen Tag! Wieso kann ich nur um Mr. Kim rufen? Wo ist denn Jesus und die anderen alle? Wo sind die? Ne, cheesy poofs. Ruft Mr. Kim herbei, der seinen ganzen traditionellen Kriegstanz durchführt, wodurch ihr Feinde mit scharf Schaden aufhören. Jawohl! Schnauze! Auf einen einzigen bloß, das ist ja auch bisseffig. Aber haben wir noch nicht gesehen, von daher... Ich werde jetzt meine Wahldance machen. Autsch! Autsch! Get the Fudger! Ja okay, das war ja ziemlich unspektakulär, oder? Das war nichts dickes. Da fand ich Stan seinen Angriff letztens besser. Also, der von He-Man, bei der Macht von Grayskull. Schönen Tag! Dir auch. Schnell! Schnell weg, ja. Ne, aber He-Man kennt ihr doch noch, oder was? Oder wer kennt He-Man nicht? Ausweis! Ich hab keinen Ausweis! Ich bin illegal hier! Jawohl! Jawohl! Weg bin ich! Okay, das ist tatsächlich hier wie ein Irrgarten. Kartmann, folge mir! Unauffällig! Ich hab keine Ahnung, wo der Obdachlose ist. Ich hab keine Ahnung, wo der Obdachlose ist. Der hat bestimmt gehört, dass sich Obdachlose verprügelt und hat sich versteckt. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Bündnisse schmiegen. Ja. Ja, ja. Ich lauf da jetzt hin und dann ist gut. und ansatz hier wo dings wohnt kenny da muss ich noch mal da war ich ja fast auch noch gar nicht moment ja ist ja soweit heute ist gerade herren tag und jetzt laufen wir die ganzen besoffenen typen vom haus hier lang können die nicht leise und besoffen lang laufen muss man hier muss man hier laut hals umher schreien und langlaufen das habe ich gehört obwohl die kopfhörer auf hier hat man schmal ein verprügelt stimmt schon ja aber hier waren wir noch gar nicht ich dachte hier kommt man noch woanders hin aber dem ist wohl nicht schnappt sie ausweis ich habe keinen ausweis hände hoch nein ich hilfe ich fühle dich ich denke wir müssen da gehen ja karten wenn du weißt was lange geht dann laufst du doch vor ich habe keine ahnung wo der ist schönen tag ich glaube die ist in den vorgarten rum das ist bloß aufs hauspark geworden vor allem das ist ja auch geil ne ja da drinnen in dem schaukasten jawohl ich bin jetzt natürlich wieder jawohl gerufen so bin ich jetzt hier in der richtigen straße jep ja ja du mich auch ja ja du mich auch Oh, oh. Ich will noch gar nicht ins Finale. Ich will die Obdorlose verprügeln. Heute sind wir nicht Elf und Menschen. Heute kämpfen wir als Einer. Was wir hier jetzt werden, wird geschrieben und geschrieben über auf YouTube für die Tage zu kommen. Let uns besiege the Army of Darkness mit der Courage of Dragons. Let uns delve their dungeon mit Swords und Sorcery. Let uns charge our shields and use Photon Torpedos to vaporize the Klingons. Kevin, Goddammit. Every fucking time, Kevin. God fucking dammit, seriously. I'm sorry. Armies of Justice, prepare! Ja, ready, and let's meet up, Klad. Klad, we're coming for you, Klad. Ow, I'm hit. They, they tore my costume. I worked really hard. Kladdam, das kann ich so nicht lasen. Entschuldigung. So, ich habe jetzt nochmal kurz neu geladen, weil da schon das Finale beginnt. Und ich will die Obdorlose noch finden. Und hinzu kommt noch, wir waren mal in die Hölle hinein gestiegen. Oder zumindest saß da irgend so ein Dämon. Das würde ich ganz gerne auch nochmal finden. Uns hat ja dazu eine Fähigkeit gefehlt, um durch die Wand zu kommen. Wer sich gerade nicht daran erinnern kann, naja, der wird sich wahrscheinlich erinnern, wenn ich es zeige. Weil da muss ich unbedingt wissen, was es da noch zur Ruhe gibt. Ist ja wohl ganz klar. So, ähm... Wenn ich mich nicht irre, war es sogar hier oben. Da konnte man noch den Kollegen runtersteigen. Und dann waren wir noch da. Und hier war ich auch noch nicht drin. Wie komme ich denn hier rein? Nee, hier war es nicht. Verdammt, wo war denn das jetzt? Da ist noch ein Gebäude. Entschuldigung, du! Dafür gibt es auch noch zu viele Tiere, um zu furzen. Ähm... Hallo, neue Kind. Halt die Klappe. Nee, ich muss das mal kurz suchen. Da ist der Schweinebär, man liegt da noch. Na, hier ist glaube ich auch nichts mehr gewesen. Starks... Und... Nein, nein. Hier kommen wir in den Wald, ne? Jupp. Wo geht's hier hin? Hier geht's bestimmt auch bloß in den Wald, wie es aussieht. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Wald gibt es keine Secrets. Wo ist der verdammte Obdachlose? Ich will den Schlag. Das ist, wo die 5. grader gebt haben Bruto Snuggie. Und wenn du meinst... Wo war denn das jetzt? Irgendwo war doch ein Gulli noch nach unten. Mein Nasio ist schwer. Ich will das unbedingt noch finden. Send ihn zurück in Deutschland, ich sage. Mein South Park ist ja nicht so groß. Müsste man ja recht schnell finden, eigentlich. Hallo, ich habe keinen Ausweis. Achtung! Habe ich schon alle Freunde eigentlich in South Park? Ich weiß es nicht. Bank, Bank, Bank. War im Kino. Hier ist das, glaube ich, ne? Komm ich hier runter? Ja. Hier, äh, ne, oder? Moment, Moment. Na klar, hier ist es doch. Pass auf. Da. Hier brauche ich das Schreinige Saki-Shi. Siehst du, funktioniert. Schleif-Ber? Ja, Schleif-Ber. Ich habe den Poké-Ber noch gefunden. Wie ist das hier? Human! Ihr Anus hat pulverisiert den Rücken, das war der interdimensionalen Weg zwischen unseren Welt. Jetzt, dass es gestorben ist, Krabbe-Ber können die Menschheit verqueren. Und es ist alles dankbar zu dir. Danke, Bank! Oh nein, jetzt können die Krebs-Menschen die Welt unterwerfen. Hallo, Freunde zu den Krabbe-Ber und Betreuer der Menschen. Deine anal-Heroi-Shi wird niemals vertreten. Krabbe-Ber? Krabbe-Ho, Krabbe-Herrn? 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 Auf alle Fälle habe ich davon noch eine Trophäe gerade gekriegt. Gut, nee, das wollte ich hier noch finden. Die Krampenmenschen waren hier also. Sieht aus wie so ein Dämon, ey. Wo komme ich denn hier eigentlich raus? Okay. Ich habe aber keine Lust, durch die Kanalisation jetzt zu ran nennen. Diese Hoff geht nicht in Kanalisation. So, jetzt müsst ihr bloß noch den Obdachlosen finden. Und dann wäre alles paletti. Wer kann mir sagen, wo der Obdachlose ist?